Schönen guten Abend zusammen. Heute werde ich euch zeigen, wo man meiner Meinung nach den besten Gluten-Seitenstoff verformen kann. Das Ganze ist ein Tiefenheim an der zerrissenen Front. Was ihr vorher noch einkaufen solltet, ist der Trank des Schätzefindens. Den bekommt ihr bei jedem Alchemisten oder auch dem Auktionshaus für 40 bis 60 Gold. Durch den Schatz des Tränkefindens, ja, durch den Trank des Schätzefindens, findet ihr in den Mobs zusätzlichen Loot. Das sind kleine Schatzkisten, die euch auch goldflüchtige Elemente oder zusätzliche Stoffe prägen. Hier die Mobsgruppen, die sind so 5 bis 15 Leute groß, kann sie perfekt backbomben. Man hat keine Agro, weil die bleiben an den Ärschen von den NPCs. Ab und zu läuft noch eine Pat rum, ja, okay, die hat 50.000 HP. Das dürfte mit 2 bis 3 Schlägen auch gemacht sein. Ja, hier war schon eine Kiste, noch eine und noch eine. Okay, ja, 3 Kisten, das wären jetzt schon mal 12, 13 Gold plus Inhalt noch Stoffe und so. Sagen wir mal, ja, ein bisschen mehr als 13 Gold. Die Response-Zeit von den Mobs ist wirklich klasse. Man kann sich die größten Mobsgruppen raussuchen. Muss ja nicht, also ist wirklich nicht anstrengend, also man muss eine Taste drücken und dann fliegen die Mobs um. Man muss noch eine Taste drücken und dann kann man Sachen einsammeln, also einfach geht's nicht. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, dann kommentiert es, liked es oder abonniert meinen Kanal, dann könnt ihr die nächsten Videos auch noch von mir anschauen. Viel Spaß und wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder. Bis zum nächsten Mal.